Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie du bei Instagram selbst löschende Nachrichten senden kannst. Also Fotos, die man nur einmal oder zweimal angucken kann und die danach von selbst gelöscht werden. Dazu gehst du erstmal deine Direct Messages und dann wählst du den Account aus, an dem du was schicken möchtest. Und jetzt drickst du links unten auf die Kamera oder hier auf dieses kleine Foto, um in die Galerie zu kommen. Ich mache jetzt mal ein Foto hier, zum Beispiel von meiner wunderschönen Maus. Zack. Und dann siehst du, hier unten hast du drei Optionen. Erstmal erneutes Ansehen erlauben, dann links einmal ansehbar und ganz rechts bleibt im Chat. Und hier kannst du jetzt auswählen, was du möchtest. Wahrscheinlich willst du ja einmal ansehbar haben. Und dann kannst du einfach hier über dieses kleine Symbol hier unten, da wo Senden steht, kannst du einmal das Ganze senden und dann kann das Ganze auch nur einmal angesehen werden. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Falls ja, dann liken, abonnieren, Glocke aktivieren und einen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.